Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Primark Haul. Denn ich brauchte so ein paar Sachen für die Kinder, noch für den Urlaub war es und da habe ich gedacht, ich zeige euch das einfach. Beziehungsweise kamen natürlich auch noch Fragen, wann kommt der Haul. Wir haben früher ganz viele gemacht. Wie gesagt, Primark ist so eine Sache, der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich finde, es passt ganz gut hier zu Weight Watchers, denn Primark hat, ich glaube, bis Größe 48 Sachen. Also wirklich ziemlich große Größen, was man zum Beispiel bei H&M ja dann nur so eine extra Abteilung findet. Bei Primark findet ihr einfach dann alles in dieser Größe und das finde ich echt ganz cool. Und ich habe mir gedacht, deswegen zeige ich euch das Ganze auch. Ich habe aber auch so ein bisschen Home dabei und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar mit dieser Tüte. Und hier habe ich zwei so richtig coole Kissen gefunden. Guckt euch die mal an. Mega, mega schön fand ich die mit diesen grafischen Mustern und so einem Rosi. Und die waren auch noch reduziert. Und zwar hat jedes davon 3 Euro nur gekostet. Von 8 auf 3 Euro. Und ich fand die total schön. Und wenn ich mich daran satt gesehen habe, kann ich die immer noch als Innenkissen benutzen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, dann kommen wir mal hier zu der Tüte. Könnte sein, dass das jetzt mit Kindersachen anfängt. Aber ich weiß, dass hier ja ganz viele Muttis dabei sind. Und die haben halt immer mega coole Lizenzsachen. Das heißt hier, mein Großteil steht halt voll auf Minecraft im Moment. Ich weiß, dass viele auf Fortnite stehen, die schon ein bisschen größer sind. Oder halt auch die ganz kleinen, Paw Patrol, Mickey Mouse, Dumbo. Alles mögliche von Disney. Das ist echt der Wahnsinn. Also das ist für Kinder echt so ein Paradies. Und meine Kinder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, müssen immer, die wollen immer irgendwas da drauf haben. Irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Druck. So, sonst ziehen die das nicht an. Es muss immer irgendwie was Besonderes sein. Ja, und deswegen habe ich hier noch, ja und auch so ein paar Basics einfach noch holt. So Socken und so was kann man halt auch mega gut verkaufen. Ich stelle das mal hier wieder oben und greife das hier so raus. Und zwar, da ist das Ganze so hier mit, ja, Minecraft-Socken. Wie könnte es anders sein? Für 2,50 Euro. Und da habt ihr so 3 verschiedene Muster mit dabei. Und der liebt das. Ey, der läuft komplett in Minecraft rum. Das ist echt Wahnsinn. Und die haben aber auch so Spielzeugzeugen. Das fand ich total süß für den Urlaub. Das sind so Seifenblasen, aber als Eisförmchen. Und da die die eh immer verschütten, die, weiß nicht, die benutzen die Einzelmalen. Dann sind die ausgeschütten. Und dann können die noch cool so Eisverkäufer im Sand damit spielen, habe ich mir gedacht. Das passte ganz gut. So, dann noch so Basic-Hosen. Das war so ein Zweierpack. Ähm, kostete 7 Euro. So was brauchen wir immer für den Kindergarten. Diese Stoffhosen, wo die schnell reinschlüpfen können. Und jetzt gab es mal so andere Farben hier. So ein bisschen meliert. Ich glaube, so seht ihr es besser. Und halt so ein Kaki-Ton. Also wie gesagt, das sind einfach, ups. Diese Basics, die haben auch gar nicht so eine schlechte Qualität, muss ich sagen. Vieles bei Primark, dadurch, dass es so billig ist, hat es einfach manchmal halt eine bescheidene Qualität, sagen wir es mal so. So, aber so Basics gehen echt immer ein bisschen guter. Und damit auch ein bisschen cool sein kann, gibt es jetzt einen Minecraft-Rucksack. Und der hat, glaube ich, gekostet 12 Euro. Ja, genau, 12 Euro. Und ich sag mal so, Lizenzsachen sind immer was teurer. Halt einfach dadurch, dass sie ja natürlich diese Lizenzen aufkaufen müssen. Und ich finde, dafür gehen die Sachen aber echt klar, muss ich sagen. Dafür sind die echt noch günstig. Dann habe ich hier so ein cooles Tropical-Kartenspiel gefunden für 1,50. Irgendwie sind bei uns Kartenspiele immer nur noch zur Hälfte vorhanden. Keine Ahnung warum. Und da wir ja jetzt in den Urlaub fahren, habe ich gedacht, nehme ich das auch nochmal mit. Im Ganzen habe ich übrigens bezahlt, falls euch das interessiert, 154,30 Euro. Wie immer alles selbst gekauft. So, weiter geht's. Achso, und das sind übrigens Lieblingshosen von B. Also ich sehe schon, dass jetzt gerade die Kinderhüte danach kommen, halt so meine Sachen. Und zwar hat der Bene halt echt, also der hat so keinen Po. Wisst ihr, was ich meine? Dann rutschen die Hosen immer, weil er hasst Gürtel einfach zu tragen. Und die sind echt ideal. Und zwar sind es so Jeanshosen. Die sind auch relativ robust für Primark Hosen. Und kosten 10 Euro. Und die haben hier oben so ein Bündchen mit so einer Korde. Und man kann die halt wirklich fest zurren. Also der mag die total. Der sagt selber auch, Mama, wollen wir die Hosen bitte? Die findet er halt immer richtig gut. Die ist jetzt einfach so ein bisschen dunkel. Aber so ein bisschen hier verstärkt an den Knien. Da rutschen die immer gerne drauf rum, die Jungs. Und dieselbe habe ich dann nochmal in Grau mitgenommen, damit man so ein bisschen was anderes hat. Ist halt auch nicht so eine Skinny-Jeans. Das mag der zum Beispiel gar nicht. Der braucht immer Luft, weil der immer sehr viel am Rumrabberhocken ist. Nennen wir es mal so. Genau, das ist dann diese graue Hose dazu. Auch mit so einem Bündchen oben dran. Also die haben wir irgendwie in massiger Ausführung. Das waren nochmal so ein paar Basics. Und zwar Socken für den Freddy. Die brauchen wir ja immer. Ich bin ja immer Verfechter von... Eigentlich sollen die Hausschuhe im Kindergarten tragen. Aber ich finde es immer für die Füße eigentlich besser, Socken zu tragen. Und vor allem... Also ich laufe selber gern einfach barfuß rum oder mit Socken oder so. Und habe nicht den ganzen Tag Schuhe an. Deswegen immer so ein bisschen dickere Socken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Hier sind zum Beispiel so Sternchen drauf. Hier sind so Streifen und Pünktchen drauf. Dadurch sind die natürlich immer schnell durch, sag ich mal. Aber ich habe auch Hausschuhe mitgenommen. Mal jetzt für die... Das kann ich nicht, wo sie sind. Zeige ich euch gleich. Für die Sommerzeit, weil er halt auch da mit Sandalen geht. Und dann brauchst du nicht nochmal extra Socken wieder mitnehmen. Und dann hat er ein paar Hausschuhe auch da. Ja, es geht weiter mit Minecraft, Leute. Und das war halt so cool. Das habe ich ihm noch gar nicht gezeigt. Da freut er sich richtig drüber. Der liebt diese Paillettenschneppel. Kennt das, ne? Das ist ein bisschen doof. Man kann die halt so umklappen. Und dann hat man da wieder irgendwie eine andere Farbe. So, genau. Dann steht da halt Minecraft drauf. Und unten ist dieses... Frag mich nicht, wie sie heißen. Da hast du mir, glaube ich, schon hunderttausend Mal gesagt. Creeper, Creeper oder irgendwie sowas. Genau. Und das ist halt einfach mit da drauf gedruckt. Und das hat gekostet neun Euro. Das T-Shirt. Wie gesagt, Lizenz sagt ein bisschen teuer. Ich habe euch gar nicht gesagt, was die Socken gekostet haben. Drei Euro. Sind auch drei Paar. Aber wirklich so richtig dicke, stabile Qualität. Achso, und hier ist der Eisformchen. Also der ist eigentlich für echtes Eis zu machen. Aber ich fand das so süß, so für den Sand oder so damit zu spielen. Und passt halt gut zu diesen Eisdingern. Kostet jetzt zwei Euro. Ja, halt einfach so eine kleine Eisschippe. Die Eisverbrecher spielen. Es geht weiter mit Minecraft, Leute. Oh mein Gott. Aber er liebt es halt einfach. Und die habe ich jetzt wirklich mitgenommen. Er hat eigentlich auch Badehosen. Aber es ist halt wieder so eine Minecraft-Badehose. Und zwar fangen die halt in der zweiten Klasse wohl mit Schwimmunterricht an, wie ich gehört habe. Ja, und dann ist das natürlich was Besonderes, dass er sich so ein bisschen drauf freuen kann. Hat er halt doch mal so eine coole Badehose dann. Es ist sehr grün hier. Aber wer Mutti ist, ich glaube, der kann uns verstehen. So, in der Tüte habe ich jetzt hier noch und das fand ich wunderschön. Erst habe ich überlegt, nimmst du das mit? Und zwar ist das aus der Last Lounge Abteilung. Das ist also eigentlich Schlafanzug. Aber ganz ehrlich, das sieht einfach nicht aus wie ein Schlafanzug. Ich hatte da schon mal eine Hose, glaube ich. Ich habe mich immer so als Sommerhose angezogen. Guckt euch das mal bitte an, wie hübsch die ist. Die ist so wunderschön, finde ich. Und die musste einfach mit, genau, so ein bisschen halt weiter beschnitten. Und ich würde sagen, drei Viertel. Also wie gesagt, eigentlich eine Schlafanzugkurse. Aber ich denke, ich werde sie so anziehen. Ich muss mal gucken, wie ich das so machen werde. Weil ich einfach, also die musste mit. Die war einfach so, so schön. Die war jetzt bei 10 Euro, glaube ich. Muss ich mal eben gucken. Steht gar nichts dran. Doch, genau, 10 Euro. Und ich glaube, ich habe auch noch das passende Oberteil mitgenommen. Ich glaube, die Hose hatte ich euch auch nicht gesagt, was die gibt. Die hat jetzt, oh, 11 Euro. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen teuer für eine Badehose. Aber nein. Was heißt teuer, ist es jetzt auch nicht. Aber für Primark, das war ich immer in der Mitte. Aber das ist manchmal so mega Schnäppchen. So, dann machen wir mal hier weiter mit einem Kleid. Und das habe ich mich richtig gefreut, weil die waren alle schon runtergesetzt. Und das stand noch gar nicht drauf. Und das steht jetzt leider hier auch nicht drauf. Ich kann euch das so ein bisschen aus dem Kopf sagen oder mal drauf gucken. Vielleicht steht es hier auch auf dem Bon. Weil da sagt die Kassiererin, wissen Sie, dass es schon runtergesetzt ist? Nein. Ich glaube, bei allen Sachen, die jetzt kommen, waren die schon runtergesetzt. Also müsst ihr mal gucken, wenn ihr so Maxi-Kleider liebt oder so Hosenanzüge. Wie gesagt, auch die haben die alle bis Größe 48. Und das sind natürlich auch die Größen, die oft überbleiben. Oder halt kleine Größen. So, ich zeige euch das mal. So, das ist so ein bisschen Off-Shoulder. Also das könnt ihr so über die Schulter halt ziehen. Dann sind auch noch so ein bisschen die Ärmchen verdeckt. Und dann ist das aber, hier unten habt ihr noch so eine kleine Hose drin. Wisst ihr, was ich meine? Hier so eine kleine Shorts. Und dann ist das wie so ein Maxi-Kleider, aber halt nur hinten. Und das ist so leicht verdeckt. Also gucken, so ein Schlitz, würde ich sagen, die Beine raus. Finde ich ganz cool. Bin mal gespannt, wie das so aussieht. Ich habe es noch gar nicht angezogen. Das hätte eigentlich 20 Euro gekostet. Ich meine, das war auf 10 Euro runtergesetzt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber, keine Ahnung, hier sind so viele Sachen drauf. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Da stehen so komische Nummern und Buchstaben drauf. Ich kann es euch jetzt echt nicht sagen, aber wie gesagt, es war sehr günstig. Und dann hat mich mein Mann ausgelacht, Leute. Denn wir gucken gerade Riverdale. Kennt ihr die Serie? Die ist mega. Und ich habe es mir jetzt nicht wegen Riverdale gekauft, aber ich wollte eh noch so ein rockiges Shirt, so ein bisschen, was man einfach in die Jeanshose so stecken kann. So ein bisschen übergroß. Ja, und das sind halt die Southside Serpents. Das ist diese Rocker-Gang von Riverdale. Nicht, dass ich jetzt die absolute Fan-Girl wäre, wobei ich die Serie schon sehr feiere. Aber ich fand es irgendwie ganz cool mit dem Aufdruck. Und es ist halt so mega weit einfach und lässig. Und das hat 8 Euro gekostet. Also echt nicht so die Welt. Genau. Dann habe ich so einen coolen Hosenanzug gefunden. Oh, Moment, das hasse ich halt mal, wenn ich die Bügel da dran lassen möchte. Ich nehme die eigentlich nie mit, aber ich habe nicht drauf geachtet. Dieses Mal, keine Ahnung, warum. So, und so sieht der aus. Also so ein bisschen 90er-Style, finde ich, so mit diesem Jut und diesen dicken Knöpfen ist im Moment gar ganz viel. So ein bisschen gestreift, schwarz-weiß, ich weiß nicht, wie das so bei euch rüberkommt. Und dann habt ihr so ein weites Bein, aber auch wieder so drei Viertel, würde ich sagen. So Colotte heißt es, glaube ich. Und habt hier so einen süßen, ja, so eine jute Gürtel mit da dran. Und auch der war runtergesetzt, aber ich, wie gesagt, ich kann es euch echt nicht sagen. Also er hat 17 Euro gekostet, ich meine, es waren dann auch nur noch 10 oder so. Also ihr könnt da im Moment wirklich richtig Schnäppchen machen, überall ist reduziert. Und natürlich gehen im Moment bei so einem schönen Wetter, auf wen ich Leute einkaufen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Oder die stellen halt auch schon ein bisschen auf Herbstware um, habe ich gesehen. Okay, das hatte ich schon angezogen, deswegen habe ich das jetzt noch ein bisschen auf links gedreht hier. Und das fand ich auch mega schön. Das ist eigentlich so geschnitten von oben wie dieses, ja, dieses Orangefarbene mit dem Dschungelprint. So, jetzt habe ich es. Aber mit so Blümchen und es ist halt wirklich ein Hosenanzug. Und nicht so ein halber Hosenanzug. Hier sieht das aus. Und das ist hier unten auch wieder schön stretchy. Das mag ich ja immer sehr gerne. Und dann habt ihr hier unten wieder so ein Dreiviertelbein. Ich liebe das einfach, ne, also so für den Sommer. Und ich mag so Komplettanzüge. Ja, das ist immer ein bisschen doof, wenn man auf dem Klo mustern, ne, sich einfach komplett ausziehen. Aber auch der hat 17 Euro eigentlich gekostet. Ich meine, der lag auch dann bei 10, 12 Euro oder so. Ja, mega, mega schön. Halt so ein richtiges Sommeroutfit. Und dann habe ich mitgenommen hier, genau, das sind diese Schuhe. Die fand ich ganz niedlich. Wie gesagt, jetzt einfach um ein paar da zu haben, wenn er halt Sandalen an hat. So kleine Drachen sind das. Das ist voll süß. Die haben 6 Euro gekostet und ich fand die einfach total putzig. Hier die Augen, die kann man dann so als Kleppverschluss aufmachen. Und dann ist da noch so ein kleiner Drachen, so eine kleine Drachenfrisur drin. Ich glaube, das mag der. Freddy liebt alles, was Monster sind. Hups, da sage ich, häng fest. Ja, Kindersachen haben hier einfach wahnsinnig viele. Achso, dann wollte ich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, aber die sahen mir sehr punktefreundlich aus. Und zwar sind das Hippies, Sweet Smoking, viel Proteine und Fieber. Also ich glaube, das ist so Fiber. Ballaststoffe müssen das, glaube ich, sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. So sehen die aus. Die haben immer so ganz coole Sachen vorne an der Kasse. Da habe ich auch zum Beispiel diese Kokoschips schon mal mitgenommen. Die habe ich leider schon gegessen. Die waren auch noch mit dabei. Genau. Also ich vermute, dass die relativ punktefreundlich sind. Ich weiß es nicht, also es ist so eine Art Flips eigentlich. Muss ich mal gucken, aber ich denke schon. Es sah auf jeden Fall so aus. Also nochmal ein paar Socken für Bene. Und zwar diesmal Pikachu hier, dieses Pokémon. Das kennt ihr, glaube ich. Auch drei verschiedene Drucke wieder. Beziehungsweise Drucke sind es ja nicht so. Der Stoff ist einfach so. Die haben drei Euro gekostet. Und hier ist auch dieses Oberteil dazu, zu dieser schönen Hose. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Oberteil behalte oder... Also ich habe es noch nicht angezogen. Ich muss mal gucken. Also im Ganzen werde ich es natürlich draußen nicht tragen. Oder ob ich es dann doch als Schlafanzug mit dem Dings hier mit dem Top trage. Weil die Hose ist ja dann auch eher so für den Sommer. Ich muss mal gucken. Aber wie schön ist das bitte. Ich finde diesen Druck total schön. Dann dieses... Oh, das erinnert mich so an früher. So hickelnd. So hickelnd. Keine Ahnung. Voll süß einfach. Und das hat, glaube ich, nochmal 8 Euro gekostet. Ne, 7 Euro sogar. Also habt ihr dieses ganze Set im Prinzip für 17 Euro. Und jetzt sind hier noch ein paar Sachen drin. Und zwar einmal fand ich die so süß. So Küchenhandschuhe. Ja, guck mal mit so kleinen Daisy-Gänseblümchen drauf. Und dann waren halt noch andere, weil es sind so Mikrofasertücher. Ganz normale, grün. Und so Dreiecke. Aber ich habe es halt wirklich für den Dem hier mitgenommen. Das sieht so niedlich aus, finde ich. Richtig, richtig süß. Und da habt ihr jetzt wirklich vier so Lappen. Und auch wirklich große. Also das sind jetzt nicht kleine. Vier Euro. Also im Prinzip ein Euro pro Putz-Lappen. So, jetzt haben wir hier noch mal Socken. Siehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Socken habe. Aber irgendwie verschwinden die bei euch auch immer. Also wir haben immer nur einzelne Socken. Ich verstehe das nicht. Irgendwie frisst die Waschmaschine die. So, wo auch immer ich stehen geblieben bin. Irgendwie kam gerade ein Anruf rein. Also Socken auf jeden Fall. Und zwar fünf Paar für drei Euro. Mit so kleinen Buchstaben drauf. Und einfach so ein bisschen bunte Socken. Wie gesagt, Socken brauchen wir immer. So, als letztes Teil habe ich dann hier noch so eine Radlerhose mitgenommen. Und zwar wirklich so eine ganz kurze in schwarz. Die habe ich ja wirklich in allen Längen und allen Farben. Ich liebe die einfach, wenn man die unteren Kleid oder so. Ich mag das nicht, wenn man so kurz Kleider hat. Und dann gucken die ganzen Beine und so raus. Oder du bückst dich. Und dann guckt nur dein ganzer Hinteren raus oder so. Ist halt, mit Kindern ist man immer so ziemlich viel in Action. Und deswegen habe ich immer gerne, ziehe ich sowas gerne drunter einfach. Damit das wirklich so verdeckt ist alles schön. Und die kostet jetzt als kurze Hose sogar nur 2,50 Euro. Ich glaube, sonst kriegen die so bei 4 Euro. Die längeren gibt es so in Capri, in ganz lang, knielang und so. Also die sind echt ein Megatipp. Auch wenn ihr schwanger seid zum Beispiel. Ich habe die in der Schwangerschaft geliebt. Dann habe ich die immer angezogen. Und dann einfach so ein kurzes Kleid oder so drüber. Und ja, perfekt. Der ganze Bauch der Post. Immer gut da rein. So, das war es von meinem Haul hier, glaube ich. Ich glaube, mehr ist nicht drin. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ich verlinke euch ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Und natürlich zwei neue Videos. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Lara.